Hallo und willkommen zu Astraea & Sending Oh, okay So, okay, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ja, in der letzten Folge wurde die Stadt hier angegriffen Und es war ja so, dass der Bruder von Hulan irgendwie es geschafft hat, den aufzuhalten Ehrlich gesagt kam mir das viel zu einfach vor Und ich trau dem irgendwie nicht Bis zum nächsten Mal Ich trau die Bezug auf die Boots Ich trau mich darauf an, dass du in die Bezug aufbauen Ich trau mich german, so stellen wir zu in die Bezug auf Das ist nicht, dass ich mich für dich Ich traue mich? Wir müssen das mal raus, dass ich jetzt bin Du bist, meine Familie. Okay. Okay? Bet-ti-la 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 ist weit, nicht? Wie ist die Miege-mien? Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Daher leben, nicht? Okay. Das ist die Miege-mien, die sich in den von Miege-mien und die Helden geraten. Also, das die Helden und die Daten, die sicherlich gelassen sind, wird mit der Miege-mien. Die Miege-mien ist eine Lange-mieter für die Miege-mien. Die Miege-mien ist eine solche Faktion für den Miege-mien. Oh, mein Gott. Das ist ein schönes Mal. Äh, sprech mit... Oh. Darf ich jetzt? Ja? Okay. Der Mann ist der Mann. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht weiß. Ich habe ihn noch einmal gesehen. Als ich ihn sehen, war er noch nicht. Er hat sich mit dem Wissen, die ich verletze, und er hat sich in den Runden. Daher kam ein B-B-B. Der Mann ist der Mann, wie der Mann und der Körper. Er hat sich in den Runden. Ich hatte erst einmal die Liebe, aber es wurde ein激しい Wissen. Hallo. Ja 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 Es ist okay? Ich bin ein Freund, aber ich bin ein Freund. Das ist so, was ich? A und B und ich bin... Das ist ein Freund von Breizzer und Selin? Das ist ein Freund von Dissonanz. Ich bin ein Freund von Freizeit. Das ist ein Freund von Freizeit. Das ist mein Freund, aber... Ich denke, dass ich mich überrascht habe. Ich denke, dass ich mich überrascht habe. Ja. Das ist eine große Herausforderung, oder? Ja, aber ich habe keine Angst. Wir werden die Demi-Gott beurteilen. Die Stadt wird wieder zurückkehren. Ich werde wieder zurückkehren. Ich bin mir der Stadt, als ich mich nicht mehr überrascht. Ja, danke. Ich habe ein wenigstens von Migmik. Ich werde wieder zurückkehren, oder? Ich habe das so Lass. Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, wir werden aber... Nein, nein... Ach komm, wir gehen da eben so hin. Bevor ich diese Session angefangen, habe ich einmal kurz den Quest-Locker geguckt. Und ich habe gesehen, dass ich eine Quest zum Abgeben habe. Ich füffe einfach zu gerne im Spiel. Ähm, wir müssen einmal zu den Aktaner gehen. Ah, echt jetzt? Oh. Hä? Obwohl, hatte ich mich verguckt? Moment. Ach, äh, Quest, ähm... Mit Pelham. Wer war nochmal Pelham? Pelham, Sherry, Anna, Pelham... Wer war nochmal Pelham? Pelham habe ich da auch irgendwo gewesen, den Namen. Ja, ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen länger jetzt nicht gespielt gehabt. Äh, deswegen könnte alles ein bisschen dauern, bis ich jetzt erstmal wieder reinkomme, leider. Ähm... Ja, wir gehen erstmal zurück. Ähm... Wir gehen mal ins Rad-Saal. Ja, du wirst auch nicht Pelham. Ja, du wirst. Wir gehen mal ins Rad-Saal. Beziehungsweise die Bläzer oder Selin oder die Erziehung, die die Zitteraie verletzt und die Goldenen B-B-Folge sind ... wie die Leute die Reise der Kriegenden? Die Reise der Kriegenden 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 ... Was sind die beiden? Was sind hier? Der Mann ist... Das ist der Vater, Leonhard. Das stimmt. Nein. Ich bin so schwer. Ura, ich werde das Läuern-Don erzählen, dass du alle. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich werde es hier nie wieder zurückkommen. Ich werde es dann wieder zurückkommen, und dann wird es mir wieder zurückkommen. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon traurig. Akt 8. Mein Gott, sind wir schon weit gestoßen. Ja, das ist ein Mann. Ich bin in der Nähe von Fedora. braucht ich werde mal gucken dass wir dass ich mal hierhin komme dann haben wir so ein paar fähigkeiten noch mal freigeschaltet nichts den weg nicht freischalten erst mal so jetzt hat sie alle ihre fähigkeiten freigeschaltet das ist auch mal viel wert das haben wir bei ihm bei ihm könnten wir noch oder kann nicht mehr verstummt werden das wäre auch cool schild des verstummens schauen sie den selben einzel magieangriff erneut durchzuführen wenn die schwäche des gegners getroffen wird doppelzauber automatisch wirken auch nicht schlecht einzelne ziel und ziel okay das sind nur werte was haben wir hier wasser und klose an einzelnen ziel okay da gucken wir mal dass wir erstmal ganze magie beherrschen so der alten die und schon her sagen rp kostet um 30 prozent reduziert da muss ich noch sparen für das mache ich auch ich glaube sie hat gar keine fähigkeiten mehr zum freischalten oder sie geht doch da da haben wir noch da haben wir auch noch heiße klinge den weg gehen wir mal hoch schauen sie auf doppeltreffer aber auch nicht schlecht ja okay dafür brauchen wir aber wieder erst mal ein paar punkte die wir noch nicht haben ähm gut hier könnten wir runtergehen nein nein bewegt beim einzelner ziel regeneration das ist gut dann war es das auch erst mal hier der gute herr hat nur noch eine fähigkeit die er lernen muss schwachstelle schauen sie die schwachstelle des ziels anzugreifend bei fehlschlag wird der angriff als neutral angriff ausgeführt okay so jetzt hat er auch alle fähigkeiten gelernt dass da nein das könnte man die lilanen sachen könnte man eigentlich auch alle freischalten so was haben wir mit ihr bei ihr könnten wir mal ja das können wir eigentlich auch lernen aber oh das ist nicht schlecht den kaufe ich auch dafür dass beschwörung mehr leben haben wahrscheinlich können sie dann einmal mehr angreifen ähm beschwörung treffen mit zwei zusätzlichen kp auf dem schlaffeld ah das wäre wohl nicht schlecht ich glaube dafür spare ich auch die hat doch noch ganz schön viel ähm so sie okay für sie sparen wir noch wegen mp kosten das war es eigentlich schon da haben wir schon alle durch ich möchte noch eine wappenklasse haben bevor ich mal alle eine andere klasse hinzufüge da könnte man auch lustig werden wenn die mal alle anders sind ähm genau wir gehen noch mal zum markt weil ich ganz gerne zur gilde wollte und ich wollte mal einen auftrag annehmen wenn denn was neues sein sollte okay was jetzt nicht ist die ratte haben wir schon erledigt das heißt wir können dann wirklich schon mal zum hafen gehen und vielleicht sogar mit der story weiterfahren aber ich habe das gefühl ähm wir dürften ja in jedem gebiet noch ein abschnitt nicht betreten und wenn wir diesen abschnitt also wenn wir soweit sind dass wir das alles freischalten können dann wollte ich alles nochmal neu abgehen und wahrscheinlich vielleicht auch versteckte hinweise so entdecken ach so ich dachte er macht jetzt noch irgendwas dann müssen wir mit ihm mit Fedora persönlich reden ich freue mich immer noch wie der alle tragen kann aber ich bin mir nicht mehr immer noch aber ich habe den Zugang ich habe hier Ja, Dagmar, was soll ich tun, wenn du da bist? Jimmar hat mir meine Mutter geschrieben. Wenn du da bist, dann wirst du gehen. Wenn du mit Jimmar kennst, Dagmar, was machst du? Du sagst nicht, ich bin Demikot. Hm. Hm. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Oh, wen beschwört der denn jetzt? Wow, wer ist das? Oh, guck der irre. Alter, guck der irre. Ähm, ja. Oh, nichts, das ist Löwenastrei. Ach, guck mal. Der hat sich hier geklaut, wohoo. Ich bin ehrlich, ich habe damit jetzt nicht gerechnet. Ähm, ich kann hier wahrscheinlich nicht scannen. Er benutzt Eisfähigkeiten. Ähm. Wir verspotten ihn mal. Weiß nicht, ob das was bringt. Äh, er benutzt Eis. Vielleicht Feuer? Neutralisiert Feuer. Okay. Ähm. Was könnte ich denn Schaden zufügen? Erde? Blitz vielleicht? Nee, er blitzt auch nicht. Okay, er kann auf jeden Fall nicht mehr heilen. Das heißt, wir wechseln ihn mal aus mit unseren Wunderheiler. Äh, was haben wir denn noch? Eis bringt nix. Äh, Blitz bringt nix. Feuer neutralisiert er. Die Beste mit Erde. Erde ist auch neutral. Und dann müssen wir mal Heilung. Ähm. Eis setzt er selber ein. Luft? Wieder steht Luft. Okay. Oh oh. So. Heilt. Oh. Oh. Ah. Oh Gott. Wasser. Wasser macht auch neutralen Schein. Das ist doch nicht. Feuer, Wasser, Blitz haben wir probiert. Erde. Erde macht auch keinen Schaden. Mehr Schaden. Also gar nicht. Ähm. So, Regenor. Also bringt gar nichts mehr Schaden. Ey, dann benutzen wir mal Eis. Oh. Okay, Fehlschlag. Ähm. Eis. Auch nicht mehr Schaden. Hm. Ähm. Mal Omni-Heilung benutzen. Ey, gibt's doch nicht. Blitz macht ihm kein Schaden. Wind. Licht. Ah. Ne. Boah. Geil. Licht absorbiert der. Warte mal. Wenn er Licht absorbiert. Wenn er Licht absorbiert. Dann kann er ja nur Schattenschaden fressen. Okay, die müssen wir wiederbeleben. Ähm. Geil. Er frisst Schattenschaden. Okay. So kürzlich, wenigstens gegen was er schwach ist. Ähm. Da muss er ganz viel Schatten fressen. Und du frisst weiter Schattenschaden. Blöder Löwe. Ich will gar nicht wissen, wie seine zweite Form aussieht. Ähm. Einmal Heilung benutzt auf alle. Ähm. In zwei Minuten wer am meisten Schaden macht. Ich glaube, das ist sie. Dann machen wir mal. Dann zutreten wir uns mal. Sie auch. Und dann setzt unser kleiner Vogel ganz viel Schattenschaden ein. Er heilt fleißig. So. Wieder Konzeptation. Sie auch. Der Löwe greift an. Und wieder Schattenschaden. Und wieder Schattenschaden. Das kann natürlich sein, dass ich mich kompliziert habe. Ero. Ach, ich Idiot. Hm. Für Schaden, mehr Schaden. Ja, weniger Schaden. Das ist jetzt gar nicht genug. Ja, wir konzentrieren uns wieder. Konzentrieren uns wieder, meine ich. Oh, oh. Absurdiert. Auch schön. So. Ähm. Eigentlich können wir uns erstmal nur ohne Ausruhe mit ihm. Plus-minus-null, würde ich mal sagen. So, er konzentriert sich. Sie auch. Ach komm, und die macht jetzt auch mal Dunkelheitsschaden. Ähm. Ah, sie hat kein Mana mehr. Das hab ich... Oh, Mist. Das hab ich jetzt gar nicht geachtet. Das ist doof. Ähm. Wo gibt's jetzt ein Äther? Wird doch mal geheilt. Ähm. So mit. Ah komm, wir kriegen wir das doch vielleicht zu hin. Ah, geht doch. Wird doch nicht. Ich bin der Weg, der ich mich verletze, ist das für dich! Ich bin der Brüder? Ich bin der Brüder. Das ist der Brüder. Das ist der Brüder. Das ist der Brüder. Die Brüder sind auch mit der Brüder? Die Brüder sind auch mit der Brüder. Ich bin der Fall, was ich mit unseren Familien? Ich bin der Fall, um zu sprechen. Sprecher zu sprechen? Was ist der FUJITS-TO? FUJITS-TO? Das ist das? Das ist gut. Okay, dann werden wir jetzt den Tod des Todes anwenden. Was sind Sie, dass Sie sich mit einem Schaden verletzen können? Das ist ein Verständnis. Das ist ein Verständnis. Das ist ein Verständnis. Das ist ein Verständnis. Was sind Sie? Was soll ich? Ah, da ist der Löwe. Und damit würde ich mich auch erst mal verabschieden für heute. Ist ja wirklich... Oh, okay. So, ja, damit würde ich mich für heute verabschieden und mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin haare ich so lange aus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.